Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 6.3.2021 um 8.46 Uhr und ich bin seit einer Stunde bestimmt schon wach. Vielleicht sogar anderthalb, ich weiß es nicht. Ich bin um eins ins Bett. Ja, um eins habe ich geschlafen etwa. Und um 7.30 Uhr, sag ich mal, war ich wieder wach. Ich bin zu mir gekommen, weil irgendwas Lautes umgefallen ist irgendwo, ich weiß nicht wo. Aber ich bin dann sozusagen hell wach gewesen, habe versucht nochmal einzuschlafen, hat aber nicht funktioniert. Und irgendwann jetzt vor einer halben Stunde, also kurz nach 8, Viertel nach 8, habe ich mir dann gedacht, ach komm, weißt du was? Stehst du auf, schläfst halt heute Mittag ein bisschen oder gehst heute früh ins Bett, ich weiß es nicht. Also momentan geht es, ich bin wach. Ich könnte mich bestimmt nochmal zwingen. Und nochmal 2-3 Stunden schlafen, aber ja, bringt jetzt auch nichts. Tja, perwes. Es trampelt auch schon wieder über mir rum, wie sonst auch immer. Ich schütte mir jetzt mal Kaffee in die Augen und dann schauen wir mal, ob ich so langsam zu mir komme. Ja, die Mütze ist auf, weil die Stirn ausrastet. Ich habe zu viel Süßkram, glaube ich, gegessen in den letzten Tagen. Das ist erstaunlich, ich habe eine ganze Weile so gut wie keine Schokolade gegessen. Und dann war alles gut. Und jetzt habe ich so eine Pick-up-Schokoriegel. Und da reicht anscheinend schon einer. Ich habe natürlich ein paar mehr gegessen jetzt in den letzten Tagen, aber trotzdem. Ja gut, das ist mein Kryptonit. Zumindestens, was die Stirn betrifft. Ja, ansonsten, heute um 15 Uhr gibt es einen Stream. Days Gone werden wir da spielen. Ich muss daran denken, die Displays entsprechend auszutauschen. Und ja, bis dahin werde ich mal noch ein bisschen chillen. Mal gucken, zustücken jetzt. Vielleicht irgendwie noch eine Serie gucken. Eine Folge von einer Serie, nicht eine ganze Serie. Okay, und da mal schauen, was der Dach nur so mit sich bringt. Ich habe überlegt, ob ich heute zur Post gehe, um nochmal das Paket von Wommel wegzuschicken und auch den Brief von Avis. Liegt beides, nee, da hinter mir, Brief und Paket. Aber es könnte sein, dass ich zu faul bin, mich auch zu raffen und das erst am Dienstag mache. Ich hoffe, man kann mir das vergeben. Naja, wir schauen mal. Vielleicht komme ich ja doch noch in die Gänge und gehe noch raus, aber vielleicht auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, habt ein wunderschönes Wochenende. Habt einen schönen Samstag. In Berlin habt ein schönes langes Wochenende und ich freue mich schon ein bisschen auf Montag. Da fahre ich nach Spandau. That would be good, glaube ich. Okay. Das ist es von mir. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit. Vielleicht bis später. Und ansonsten bis morgen. Spätestens bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Hoffentlich nicht wieder so zwischen 8 und 9, sondern eher zwischen 11 und 12 oder so. Wir gucken mal, wie lange ich morgen schlafe. Also. Au revoir. Tschüss. ... Vielen Dank.